Schienenverteiler sind die innovative Alternative zu Kabel, um nur ein paar Vorteile zu nennen. Die Schienenverteilersysteme SIVACON 8PS sind bauartgeprüft und bieten so einen hohen Grad an Personen- und Anlagensicherheit. Und sie sind flexibler. Bei herkömmlicher Kabelinstallation lässt sich der Strom nur an festgelegten Verteilern abzweigen. Bei Schienenverteilern hingegen können Abgangskästen beliebig variiert werden. Sie ermöglichen durch ihre kompakte Bauweise und kleine Biegeradien eine platzsparende Energieversorgung. Und Schienenverteilersysteme sparen Zeit und Geld bei der Installation. Dabei unterstützt sie jetzt eine neue Installations-App. Die App BASPA-Check führt den Installateur Schritt für Schritt durch die Montage und zeigt ihm genau die Informationen auf seinem Smartphone oder Tablet, die er für die fachgerechte Montage benötigt. Nach jedem Abschluss der Montage einer Verbindungsstelle wird die Verbindungsstelle durch Einscannen eines eindeutigen QR-Codes identifiziert und die ordnungsgemäß durchgeführte Installation fotografiert. All das nur mit Hilfe der App. Somit wird jede durchgeführte Verbindungsstelle dokumentiert. Diese Daten sind dann Bestandteil des sogenannten Holzenprotokolls und einer fachgerechten Dokumentation. Sehen Sie selbst, nach jeder Montage einer Schienenkomponente einfach den QR-Code einscannen und das Bild schießen. Und schon ist die Installation dokumentiert. Diese einfachen Schritte tragen dazu bei, eine qualitativ hochwertige Installation und eine fachgerechte Dokumentation für unsere Kunden zu erhalten. Falls eine nachträgliche Überprüfung der Installation erfolgt, kann mit Hilfe der App durch einfaches Einscannen der QR-Codes die Historie der Verbindungsstelle jederzeit abgerufen werden. Der Installateur hat immer Zugriff auf die aktuellen Daten oder Installationsanweisungen. Und er hat durch die visuelle Dokumentation der Verbindungsstelle die Gewissheit, die Arbeiten fachgerecht durchgeführt zu haben. Und die handgeschriebene Settelwirtschaft für das Bolzenprotokoll hat ausgedehnt. Denn das elektronische Bolzenprotokoll kommt mit Hilfe der App auf Knopfdruck. Auch später, wenn Änderungen, Wartungen und so weiter an der Anlage durchgeführt werden, kann die Geschichte der Verbindungsstelle jederzeit abgerufen werden. Mit CIVACON 8BS und die App BaspaCheck bieten wir Ihnen einen neuen Schritt in die digitale Welt.